Jetzt ist er da, der erste Trailer zu Red Dead Redemption 2. Hallo Daniel. Hi Fritz. Du hast gestern mit Michi oder mit Martin, mit Michi, glaube ich, schon mal über Red Dead Redemption 2 gesprochen. Da wussten wir noch nicht so viel oder wir hatten es zumindest noch nicht gesehen. Jetzt haben wir ein bisschen was gesehen und können noch mal drüber reden, was wir da so gesehen haben. Für alle, die das jetzt hier auf dem YouTube-Kanal sehen, zeige ich jetzt mal den Trailer. Den lassen wir mal so ein bisschen laufen und für alle, die das vielleicht als Podcast hören, die können sich den Trailer zum Beispiel auf der Gamester anschauen. Oder haben ihn wahrscheinlich schon gesehen, den haben wir jetzt wahrscheinlich irgendwie alle schon gesehen. Aber für alle Fälle lassen wir den einfach mal so ein bisschen laufen, dass man einen kleinen Eindruck kriegt, denn der ist auch sehr schön. Das ist wahr. Ja, Red Dead Redemption 2. Die erste Überraschung, es ist ein Western-Spiel. Wer hätte das denn? Gar keine Drogenhändler und Autos und so. Nee, Quatsch. Also es bleibt natürlich dem Setting treu und es sieht so wahnsinnig viel, kann man über den Inhalt jetzt von dem Trailer noch gar nicht unbedingt sagen, aber man kann zumindest sagen, es sieht wahnsinnig gut aus. Also, ja. Ich finde es sehr, sehr, sehr hübsch, oder? Es ist ein typisches Rockstar-Spiel optisch, finde ich. Man sieht, dass die Engine enorm überarbeitet wurde. Es sieht jetzt aber auch nicht so astronomisch viel besser aus als ähnliche Szenen in Trailern zur Next-Gen bzw. PC-Version von GTA V, finde ich. Echt? Also, ich finde, sie haben, ich fand manche Szenen doch nochmal, also nochmal am Licht gearbeitet, was ja irgendwie ihr absolutes Steckenpferd zu sein scheint, Licht. Ja. Und Himmel und also die Tageslichtbeleuchtung, ich fand, das ist nochmal intensiver geworden. Aber, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich auch erstmal nur der Trailer, aber ich möchte es jetzt auch gar nicht schmälern. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus und gerade die Stimmigkeit von Licht und Umgebung für so ein Western-Szenario, das haben sie schon in den wenigen Sekunden von dem Trailer sehr, sehr gut eingefangen. Dafür finde ich jetzt zum Beispiel die Charaktere, die könnten durchaus ein bisschen, also es könnte auch ein bisschen schärfer sein oft, was so Details angeht an den Figuren, aber insgesamt ist es ja bei Rockstar immer so, dass es auf die Stimmigkeit ankommt und das werden sie wieder mal grandios hinbekommen, sieht man im Trailer schon. Vor allem, weil sie auch deutlich oder bei Rockstar immer ja nicht gefakt ist großartig, sondern was man im Trailer sieht, das sieht im Spiel dann auch so aus. Also das hier, es hieß, diese Szenen stammen aus, wurden, liefen auf der normalen PS4, nicht mal auf der PS4 Pro. Jetzt weiß man natürlich nicht so richtig, ist das wirklich, also es ist in-Engine, aber es muss nicht heißen, dass es, wie es auch im Gameplay dann aussieht. Also da kann man dann schon immer noch ein bisschen tricksen, da wird dann auch dummerweise immer viel noch getrickst. Ich kann mir vorstellen, dass es dann im laufenden Spiel schon ein bisschen flimmriger noch aussieht, weil das hier schon ein sehr stabiles Bild war, was man bekommen hat. Aber ich weiß, was du meinst, also ich verstehe, was du meinst, wenn du von den Personen und solchen Sachen redest, aber was die Rockstar-Spiele ja eigentlich nie gemacht haben und was mir auch hier ganz gut gefällt, ist, dass sie jetzt total auf Realismus in der Grafik gehen. Es ist realistischer, ich finde, das ist von allen ihren Spielen das, was noch am realistischsten aussieht, jetzt auch in den Farbgebungen und so, auch realistischer noch als GTA V. Aber es hat wieder so ein, ja, Comic-Grafik ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es hat eine gewisse Künstlichkeit, die den Spielen aber eigentlich immer ganz gut steht. Also es gibt eine Szene, da bellt so ein Hund im Vordergrund so ein paar Vögel an oder irgendwelche, weiß nicht, was das genau sind und man sieht so eine Stadt im Hintergrund und so einen Typ, der ein Gewehr in der Hand hat und an so eine Kutsche gelehnt ist und dann ist der Boden auch so ein bisschen nass. Das sieht irgendwie, das ist so fast so ein bisschen vom Look her, dieser Realismus-Look von einem Battlefield 1. Aber teilweise die Präris-Szenen oder wo dann der Farmer da so ein bisschen auf seine Farmen dazuläuft, die sehen wieder sehr comichaft aus. Aber jetzt nicht im Sinne von Cell-Shading oder so, aber eben überzeichnet, überintensiver. Also überintensiver als die Realität, das kann ich vielleicht sagen. Man sieht auf jeden Fall, dass sie, also zumindest an dieser einen Szene in der Stadt mit diesen Geiern und dem Hund, dass ihnen wohl schon daran gelegen ist, nicht nur eine sehr romantische Version vom Wilden Westen zu zeigen. Also damit ging es ein bisschen los, also Sonnenuntergang hier und dann bricht das Licht so durch die Baumkronen im Wald und dann hast du so dieses Tal am Vorabend mit so einem Blaustich und es wirkt schon alles da noch ein bisschen kitschig. Aber spätestens bei der Szene sieht man dann, dass sie wohl auch den schmutzigen, schlammigen Teil zumindest einfangen können. Und das war ja im ersten Red Dead Redemption auch schon so, dass gerade wenn es mal geregnet hatte oder wenn es geregnet hatte sogar, war es schon fast ein bisschen zu düster, dass sie das können und dass sie das wohl auch wieder einbauen werden. Also stimmungsmäßig haben sie mit dem Trailer jetzt zumindest schon mal alles richtig gemacht. Man hat sofort wieder ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlen wird in puncto Weite, Atmosphäre und solche Dinge. Was mir sofort gut gefallen hat, ist so ein bisschen die Interaktion zwischen den Tieren. Das war ja schon bei Red Dead 1 gab es das und hier auch sowieso eine sehr, klar, sehr von Tieren beherrschte Welt. Auch die Szene, wo dann der Zug durch diese Büffelherde da fährt. Also die Büffelherde wirkte für mich zum Beispiel auch so, als wären das größere Herden, als die man in Red Dead irgendwie mal ein bisschen gesehen hat. Also es wirkte einfach ein bisschen größer, jetzt nicht massiv, aber ein bisschen größer. So Kuhherden und so gab es ja in Red Dead auch, aber es sah alles nach ein bisschen mehr aus. Und das ist ja für ein Westernspiel irgendwie extrem wichtig, dass es eben nicht nur die Landschaft ist, sondern eben auch das Getier, was da irgendwie was macht. Und man sieht es witzigerweise sogar, also es sind, jetzt wo ich den Trailer hier nochmal in der Schleife immer wieder sehe, sind so kleine Sachen, denn das merkt man erst beim vierten, fünften Mal zuschauen, in dieser Szene, wo der Rancher da auf seine Farm zugeht, im Gras vor ihm laufen irgendwie Ratten oder so kleine Nagetiere durch die Gegend und so ein Zeug. Also selbst so eine Sachen in der Größenordnung sind dabei und das ist schon wirklich, das ist wirklich cool. Über die Story verrät das Spiel jetzt noch nicht so Konkretes, der Trailer, soweit ich das einschätzen kann. Also wir sehen auf jeden Fall diese Szene, die ja auch das Teaserbild war, was da am Anfang der Woche losging mit diesen sieben Figuren, die auf einen Zug ritten oder sich auf einen Zug bewegen. Das ist jetzt ja auch nochmal aufgegriffen. Also wir sehen tatsächlich sieben Gauner auf ihren Pferden reiten. Das sind offensichtlich Gauner, weil sie haben ihre Tücher so ins Gesicht gezogen. Wenn man von ihm, ist man automatisch Gauner im Westen. Nee, aber sie sind ja auch mit gezogenen Waffen reiten sie da durch die Prärie. Also es geht scheinbar um diese sieben. Es gab das Gerücht, dass das eben dann dementsprechend auch ein Prequel zu der ganzen Geschichte sein könnte. Also das würde ja passen, weil dann könnte die Hauptfigur auch wieder mit dabei sein. Ob das notwendig ist, sei dann mal dahingestellt. Also ich halte es zum Beispiel immer noch für einen Fehler, John Marston wieder spielbar zu machen, weil dessen Geschichte eigentlich erzählt ist. Und klar kann man einen jüngeren John Marston zeigen. Was aber da ein bisschen komisch ist, wenn ich sein Ende eigentlich schon kenne als Kenner des ersten Spiels. Aber was die Analyse dieses Teaserbilds angeht, da deutet wohl sehr viel darauf hin, dass es ein Prequel ist und dass die Charaktere, die auf dem Teaserbild zu sehen sind, einige davon zumindest schon im ersten Red Dead Redemption vorkamen. Und da da einige zu Tode kommen, kann es eigentlich nur ein Prequel sein. Also es gibt auch die Theorie, Leute haben jetzt schon versucht zu analysieren, wer diese Stimme ist, die da spricht. Und die haben wohl den Oberbösewicht, also den ehemaligen Bandenchef aus Red Dead Redemption 1, dessen Namen ich immer vergesse, Vendor, wie auch immer. Die wollen den da erkannt haben, also es deutet einiges auf ein Prequel hin. Und ein Sequel wäre auch immer noch merkwürdig gewesen, wenn Red Dead Redemption 1 eben das Ende des Westens darstellt. Dann bräuchte ich danach nicht noch ein Western-Spiel erzählen in einer Welt, die dann noch moderner ist als die von Red Dead 1. Wäre vielleicht auch interessant gewesen, so in den 20er Jahren, wenn die Moderne immer weiter reinsickert in den ehemaligen Westen. Aber ich glaube, wenn wir ein Western-Spiel wollen, dann wollen wir ein Western spielen. Und dann ist es wahrscheinlich cleverer, eine Zeit zu erzählen, die vor dem ersten Teil spielt. Davon war jetzt auch tatsächlich nichts zu sehen. Also keine, nicht mal irgendwie so erstes Auto, was ja in Red Dead Redemption 1 dann noch zu sehen ist. In diese Richtung war gar nichts. Ich finde, die Gebäude, die also bei dieser ganz kurzen Stadtszene, wo die Leute vor diesem Laden sitzen oder auch wo eben dieser Hund und die Geier zu sehen sind, die Gebäude wirken zumindest zivilisierter als die, die man normalerweise aus so typischen Lucky-Luke-Westernstätten kennt. Also es sind jetzt nicht nur irgendwelche Bretter-Verschläge, sondern das, also das Spiel jetzt nicht irgendwie 1810 wahrscheinlich, sondern schon nicht so weit vor Red Dead Redemption 2. Also es wirkt schon teilweise moderner, als man es normalerweise kennt aus so typischen Western-Tropes. Vielleicht hat es ja auch, vielleicht ist es ja auch einfach eine komplett losgelöste Geschichte. Das kann ja, das kann ja auch noch sein, dass Sie sagen, okay, es ist jetzt auch eine neue Konsolengeneration. Man will jetzt vielleicht nicht den Ballast der Vorgänger mitnehmen, was ich durchaus für sinnvoll halten würde in dieser Art von Spiel, dass man einfach sagt, okay, wir erzählen eine Western-Geschichte und da gibt es bestimmte Elemente und die, dazu müsst ihr den Vorgänger nicht gekannt haben, um die voll und ganz zu erleben. Fände ich, eigentlich muss ich gestehen, aus dem Bauch heraus gesagt, die schönste Lösung, weil ich könnte mir vorstellen, dass diese Geschichte sich auch alleine halten würde oder dass es zumindest, also ich hoffe sehr darauf und ich tippe auch, dass es in die Richtung gehen wird, dass man diese Geschichte natürlich vollkommen versteht, ohne auch nur einen Vorgänger gespielt haben zu müssen. Also da werden sicherlich Andeutungen und so kleine Boni für Leute, die die Vorgänger kennen, drinnen sein, aber man wird das komplett für sich erleben können. Also das ist ein bisschen wie Dings hier, na, die, bei GTA 5, dieser Anführer von dieser Rocker-Bande da. Johnny Klebitz. Genau, und das, ob man die nun kennt oder nicht, wenn man ihn jetzt kannte, okay, cool, dann hat man irgendwie da noch eine Szene erlebt und weiß irgendwie ein bisschen mehr, wenn nicht, war die Szene trotzdem in Ordnung. Also das ist überhaupt kein Problem. Was ein bisschen noch im Raum stand, war diese ganze Geschichte mit Red Dead Online, was jetzt da genau es damit auf sich hat, das verrät der Trailer in keinster Weise, in welche Richtung es da irgendwie gehen könnte. Nein, aber da muss man jetzt, glaube ich, kein Wissenschaftler sein, darauf zu kommen, was es denn sein wird. Und das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen. Also man stelle sich einfach GTA Online im Wilden Westen vor und man stelle sich 250.000 DLC-Pakete vor, die zwischen 2017, beziehungsweise mein Tipp, Anfang 2000 oder irgendwann 2018, wenn Red Dead Online dann erscheinen wird und 2050 dann erscheinen werden. Glaubst du, dass es nicht zeitgleich startet? Schauen wir mal. Ich glaube noch nicht mal hundertprozentig, dass Red Dead 2 im Herbst 2017 kommen wird, sondern da halte ich eine Verschiebung auf Anfang 2018 für nicht unwahrscheinlich. Okay. Weshalb? Hast du irgendwelche Anzeigen? Nein, nur, weil auch Rockstar-Spiele verschoben werden und nicht selten. Ist aber auch egal. Also es kommt ja irgendwann und dann, ob dann Red Dead Online dabei ist oder nicht, das ist mir persönlich sowieso wurscht, weil ich werde es wahrscheinlich eh nur ganz wenig spielen, aber egal. Glaube ich witzigerweise übrigens nicht mit der Verschiebung, weil das, und mein Grund dafür ist die späte Ankündigung. Also das ist jetzt, da gehen ja viele von den großen Produktionen hin, dass sie es sehr, sehr spät ankündigen. Und das ist für so ein großes Spiel schon recht spät, jetzt erst zu sagen, dass es kommen wird. Und klar, du kannst ja, logisch, Pre-Order kannst du sowieso inzwischen bei den großen Produktionen immer machen. Du kannst vorher schon dein Geld geben, ohne zu wissen, was du da kaufst. Und offensichtlich sind wir inzwischen so blöd als Spieler. Aber andererseits, fairerweise muss man sagen, so Download-Sachen sind da begrenzt. Kann man nicht, also schön vorbestellen, aber das Thema hatten wir schon oft genug. Und von daher glaube ich irgendwie nicht, dass das so wahnsinnig doll verschoben wird. Ich glaube, das ist inzwischen so durchgepusht, gerade bei einem Rockstar. Das hat dann eher so ein bisschen was von der Filmproduktion, wo schon in der Regel die Sachen sehr, sehr feststehen, wie da wann was fertig wird. Du hast allerdings bei der Filmproduktion im Vergleich nie das Problem Bugs. Und das kannst du bei einer AAA-Spieleproduktion, die so risikobehaftet ist, das Spiel zu verbuggt. Also ein paar Bugs werden immer verziehen. Day-One-Patches sind auch nicht unüblich, aber du brauchst schon eine gewisse Qualität, um nicht sofort den Shitstorm zu kriegen nach Release. Und gerade Rockstar Games ist jetzt keine Firma, die für besonders verbuggte Release-Versionen bekannt ist. Gar nicht. Das werden sie bei Red Dead 2 auch nicht riskieren. Also da werden sie eher ein halbes Jahr Polish noch riskieren, damit die Version, die sie veröffentlichen, dann auch weitestgehend bugfrei ist. Was ganz spannend ist, ist diese Kooperation mit Sony. Vor allem, was das für Implikationen hat. Denn, wie gesagt, wir haben die Footage, die in dem Trailer zu sehen ist, die ist angeblich auf einer herkömmlichen PS4 entstanden. Es wird aber in den Infos zu dieser Zusammenarbeit, wird zumindest angedeutet, dass wohl eine PS4 Pro Version kommen wird. Was bedeutet, dass, muss man mal sehen, wie stark die PS4 Pro denn wirklich wird und wie viel die dann im Markt ist. Oder wie weit aufgebohrt das Red Dead 2 dann sein wird, wenn es denn rauskommt. Wenn es wirklich im Herbst 2017 erscheinen wird, dann ist zum Beispiel interessant, wird eine noch weiter aufgebohrte Xbox-Scorpio-Version schon zum Weihnachtsgeschäft 2017 kommen, wenn die Scorpio kommt. Oder wird eine eventuell immer noch mögliche PC-Version und eine Scorpio-Version dann erst 2018 kommen zum Beispiel. Außerdem heißt es, dass auch Red Dead Redemption 1, das es ja bisher für die PS4 nicht gibt, auch nicht in abwärtskompatiblen Version, jetzt für PlayStation Now kommt. Das heißt, PlayStation 4-Besitzer können über diesen Streaming-Dienst Red Dead 1 dann spielen. Von dem wir leider immer noch nicht wissen, wann er bei uns startet. Eben, aber in den USA zumindest schon und eines Tages soll er ja bei uns mal starten. Ob jetzt die PS3-Version von Red Dead ist klar immer noch spielenswert, aber der Kollege Dimitri hat ja heute schon recht, dass die verglichen mit der 360-Version relativ, ja nicht grauenhaft, aber nicht so schön ist. Also die 360-Version ist schon ein ganzes Eckchen besser. Ja, was das aber außerdem bedeutet, ist, dass auch PC-Spieler irgendwann in den Genuss von Red Dead 1 kommen können über diesen Umweg PlayStation Now. Also ist natürlich nicht das, was die PC-Spieler wollten, aber wer auf dem PC unbedingt am Schreibtisch Red Dead 1 spielen will und sich nicht unbedingt noch eine PS3 kaufen will. Allerdings mit dem Gamepad, muss man sagen. Also die PlayStation Now-Spieler, die kann man nicht dann spielen. Nein, aber wer nicht unbedingt auf dem Sofa für eine mittlerweile günstige Konsole Red Dead 1 nachholen will, der kann es irgendwann auch mal auf dem PC mit dem Gamepad in einer Grafik von vor ca. 10 Jahren dann spielen. Aber bitteschön. Immerhin. Das geht übrigens auf der Xbox One inzwischen auch. Aber da ist es backwards-kompatibel, also da braucht man bloß eine Xbox 360-Version, die es für einen 10er jetzt auch problemlos überall gibt. Wahrscheinlich vielleicht sogar manchmal sogar noch weniger. Und läuft auch sehr schön. Also, sehr angenehm. Genau. Können wir nur empfehlen, aber haben wir auch im letzten Cast schon empfohlen. Na, dann ziehen wir diese Empfehlung an dieser Stelle sofort zurück. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Jeder, der Red Dead nicht kennt, muss Red Dead einfach nochmal spielen, zumal es ja noch eine ganze Weile dauern wird, bis Red Dead 2 rauskommt. Und ich wage jetzt mal die steile These, dass es sich spielerisch nicht groß unterscheiden wird. Ja. Ob es irgendwelche spielerischen Fortschritte geben wird, auch bezüglich GTA 5, da sind wir mal sehr gespannt drauf. Eine Sache ... Ob es auch ein World-Genre hat, kann durchaus mal wieder eine Frischzellenkur vertragen. Ob Red Dead 2 das schaffen wird, werden wir sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr schon drüber gesprochen habt, aber eine Sache, würde ich sagen, unterstützt dieser Trailer vielleicht nochmal eine These, dass es halt den Charakterwechsel gibt. Ob nun wirklich mit sieben Personen, das wäre schon ganz schön hart, wäre allerdings als Erzählmittel schon sehr cool. Also weil das könnte mal, das finde ich war ein Feature, was sie in GTA 5 noch ein bisschen zu wenig genutzt haben und das mit diesen sieben Figuren, wenn man zwischen denen öfter hin und her wechselt, vielleicht nicht ganz so frei wie bei GTA 5, aber das mehr nutzt, um einzelne Geschichten zu erzählen, die so ein bisschen auf einen bestimmten Punkt hinaus wollen. Das fände ich halt schön. Also wenn sie mal einen anderen, einen etwas anderen Erzählstil angehen würden. Ich hoffe auch, dass das, das hat mir beim ersten Red Dead Redemption schon gut gefallen, dass es nicht ganz so dieser Möchtegern-Satire-Stil war. Der war so ein bisschen, war der auch drin und manchmal hat er auch schon ein bisschen, so wie auch bei GTA, manchmal ein bisschen nervt, aber es war ein bisschen geerdeter. Das ist lustig, du hast unsere Folge dazu scheinbar nicht gehört oder gesehen. Ja, wann denn? Die ist heute rausgekommen, ich war im Büro und bin danach hierher gerannt. Das ist richtig, aber es ist ganz interessant, dass ich habe es heute... Schlaulicherweise arbeite ich im Büro. Ja, ich habe es nämlich heute auch schon irgendwo gelesen, dass jeder auf diese Vokabel geerdet kommt, wenn es darum geht, den Unterschied zwischen den Charakteren in Red Dead verglichen mit denen zu GTA darzustellen. Immer so dieses so, ja, schon satirisch, schön und gut, aber nicht so Holzhammer wie in GTA und die Charaktere in Red Dead sind alle so ein bisschen, und dann alle sagen, geerdet. Und es passt einfach, stimmt. Ja, ja. Und eine Sache muss ich jetzt auch noch kurz sagen, jetzt durch diesen Trailer allein, auch wenn es natürlich ein ganz furchtbarer Schritt dann werden wird, technisch, ich habe das Red Dead Revolver nie gespielt. Ich weiß überhaupt nicht, wie das ist, was das ist, und das ist vor ein paar Tagen für die PlayStation 4 nochmal veröffentlicht worden. Das ist ja ein PS2-Spiel gewesen damals, und ich glaube, ich werde mir das mal holen und mal kurz reingucken. Wenn es ganz furchtbar ist, lege ich es halt wieder weg, aber ich hatte selbst Spaß mit dem technisch auch ein bisschen durchwachsenen Gun damals, was es auch gab. Es war, wie gesagt, technisch nicht der Hammer, aber es hat mir inhaltlich super gefallen. Es war ein tolles Western-Spiel mit tollen Erlebnissen. Und das gab es tatsächlich auch auf dem PC. Und so wahnsinnig viele Spiele in dem Setting gab es ja bis jetzt noch nicht an Western-Spielen. Gerade nicht, wenn du selber quasi die Figur warst, außer die Call of Juarez-Spiele, die aber auch cool waren. Desperados, Westerado, was wir im Kanal gespielt haben, dieses Pixel-Spiel. Ja, aber ich meinte jetzt, wo man quasi direkt die Person ist. Also Desperados ist ja auch ein Strategiespiel von oben oder das Westerado, oder so hieß das? Westerado, ja. Das hatte ja auch eher was Strategisches so ein bisschen. Aber wo du wirklich diese Welt so erleben kannst, ich weiß nicht, ich hatte da durchaus mehr Bock noch drauf. Ja, ob dich Dead Revolver da befriedigen wird, sei mal dahingestellt. Das ist ja doch relativ linear und sehr auf Shootouts ausgerichtet. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich bin nur einfach neugierig, wo das eigentlich herkommt. Also, was da der Schritt war und wie das so war. Wir wollen einfach nur mal gucken. Mein Gott, dann scheiß es, schmeiß es in einer Stunde wieder raus. Das muss echt lang her sein, weil ich glaube, es war noch zu einer Zeit, da hat man mit Rockstar Games direkt, glaube ich, noch nicht so viel verbunden. Also, GTA 3 war ja eine ziemliche Überraschung damals, dass das so eine hohe Qualität hat oder dass das so ein Meilenstein wird. Das ist einem auch erst später ein bisschen klar geworden. Max Payne hatte man, glaube ich, auch eher bei Remedy verortet. War ja noch lange, bevor die damit irgendwas Großes zu tun hatten. Deswegen war Rockstar damals noch gar nicht so die Nummer, dass man jetzt das nächste Rockstar-Spiel herbeigesehen hätte. Aber ich kann mich erinnern, dass vor vielen, vielen, vielen Jahren es den ersten Trailer gab zu Red Dead Revolver. Und der ist uns allein deswegen aufgefallen. Erstens bei Western und zweitens gibt es da so eine Szene. Ihr könnt ja mal bei YouTube schauen oder sagst, vielleicht suche ich euch den Link raus. Da sieht man, wie dieser Held in die Stadt kommt. Und damals war noch nicht so viel mit Dolby 5.1 und was auch immer, sondern wir sind halt damals irgendwie vor dem Fernseher gesessen und haben auf irgendeiner CD von irgendeiner Zeitschrift diesen Trailer damals gesehen. Und dann sieht man, wie dieser Revolverheld in die Stadt kommt und du siehst, die Kamera ist so auf der Höhe von seinem Pistolengurt. Und der geht da so mit diesem typischen Cowboy-Gang und du hörst das Scheppern von dem Gürtel und den Waffen in dem Gürtel drin. Und die Sporen an seinen Stiefeln. Und das alleine, also nur diese Kameraeinstellung und das ist inzwischen extrem detailarm, aber mit diesem Soundding dazu dachte man so, wow krass, wie geil ist denn das? Was ist denn das für ein Spiel so Western und dann noch mit dieser, also mit so einem Realismusding allein schon über den Sound. Das ist ja Wahnsinn. Und dann haben wir es uns damals irgendwie für die PS2 mal geholt und kurz gespielt, aber keiner war damit so recht glücklich. Also ich kann mich nur noch an irgendwie so eine Schießerei mit so einer Gatling Gun auf einen Zug erinnern, die keinen Spaß gemacht hat. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch besser als, ich in Erinnerung habe, keine Ahnung. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Probier es mal aus. Ich habe da, wie gesagt, noch gar keine Berührungserfahrung mit dem Ding gehabt, weil ich auch nur mit Red Dead Redemption natürlich dann angefangen habe. Und viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass das schon der zweite Teil ist. Das ist überhaupt das. Weil das Red Dead Revolver hat keinen, genau, das gibt es jetzt für die PS4. Das hat keine Wellen geschlagen in irgendeiner Weise. Genau, ja, das war es erstmal. Ich bin sehr gespannt, wann da das nächste zu sehen sein wird. So viel haut ja Rockstar in der Regel nicht raus, was Promotion angeht. Gut, jetzt haben sie nur ein Jahr. Also ein bisschen was werden wir sicherlich sehen. Ab einem gewissen Punkt werden sie dann wahrscheinlich wieder solche Erklärungsvideos raushauen, gerade zum Online-Modus. Bei Red Dead 1 war das so cool, wo dieser Sprecher dann so, und du bist hier mit deiner Posse unterwegs. Und in dieser offenen Welt, dann rufst du dein Abenteuer. Das hast du so geil gemacht. Freuen wir schon drauf. Ja, und dann im nächsten Herbst oder 2018 wissen wir dann mehr. Aber wir werden das Thema, glaube ich, ein bisschen begleiten noch, ne? Also, ich glaube schon, ja. Da sind wir alle große Fans von. Ja, das war es erstmal zum ersten Trailer von Red Dead. Schreibt bitte sehr gerne in die Kommentare rein, wie euch der Trailer gefallen hat, was ihr glaubt, in welche Richtung sich das so entwickelt. Ob das ein Prequel ist, ob das vielleicht eine ganz eigene Geschichte ist, was ihr euch vielleicht selber da wünschen würdet. Ob ihr Bock habt auf Red Dead Online oder nur die Story erleben wollt, was ihr euch generell so von der ganzen Story erhofft. Oder ob euch dieses ganze Setting gar nicht interessiert, weil den einen oder anderen wird es vielleicht gar nicht interessieren. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sind, glaube ich, erstmal mit dem Thema Red Dead Redemption 2 durch, oder, Daniel? Haben wir das vergessen über die ganze Zeit? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es waren ja auch nur ein paar Sekunden. Und wir haben jetzt hier fast 24 Minuten draus gemacht. Ja, das ist nämlich Content-Produktion. So geht das. Auf Basis von gar nichts. Viel heiße Luft. Gut, dann macht's gut, liebe Leute. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.